Und dann die Aussage, ja, von einem anderen Polizisten, der mich neulich angeschrien und beleidigt hat, wiederholt und mir gedroht hat. Dann solche Aussagen zu bekommen, ja, wie, wenn sie das noch so und so weitermachen, dann kriegen sie das und das, was ebenfalls schon wieder eine Drohung ist. Wisst ihr, es ist nicht nur so, dass ich über die Polizei herziehe und es ist auch nicht so, dass ich nur von der Polizei beleidigt werde oder die Polizei von mir, sondern es ist einfach die Gesamtsituation, die beschissen ist.